so jetzt ist es 4 uhr morgens 3 uhr 50 52 war es gerade ein keiler glaube ich geschossen müsste ein keiler sein, kam hier vorne aus dem raps raus die hätten lang gezogen und da vorne müsste irgendwo liegen das müssten gut 50 meter gewesen sein gerade auf der nebel gezogen also konnte ich auch gut gucken hab ich doch scheiße, oder? alter keiler, ja ne, Pinsel alter, er hat ein paar kilo junge junge gar kein ausschuss weil das ist nämlich die andere seite von der anderen seite habe ich geschossen drauf geschossen naja, gut dann erstmal wir müssen runter kommen weil gerade ein bisschen Jachtfieber alles klar ja 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 ja